Hallo und hallo. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein Video. Heute mache ich einen Flug und zwar wir fahren nach Schwerin und zwar holen wir meine Mutter ab mit Zwischenstopp. Jetzt sind wir Richtung Autobahn. Wir haben uns jetzt 12 Uhr und halb eins, also 12.30 Uhr. Mal schauen, wann wir ankommen. Richtig tolles Wetter, wie ihr seht. Und jetzt fahren wir auf die Autobahn. Richtig tolles Wetter. Die Autobahn. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Kassel, also noch nicht raus aus Frankfurt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir merken gerade, dass wir die falsche Autobahn genommen haben, also nicht falsch, ist schon richtig, aber hier ist mehr Stau, wie ihr eher sehen. Na ja, kann man nichts machen, jetzt sind wir hier drauf und jetzt müssen wir weiterfahren. Jetzt sind wir so ein bisschen in Stau reingeraten. Was wir eigentlich nicht gedacht haben, naja, eben Osterferien und Ostern und ja, eben ein paar Tage frei und dann fahren die meisten weg. Aber es geht langsam voran und mal schauen, wie lange das alles so dauert mit dem Stau. Sogar Wohnwagen sind unterwegs, aber damit muss man rechnen, wenn man so zu Ostern losfährt. Und das ist einfach so, aber nicht so schlimm. Wir haben es gerade jetzt 13 und eine Minute. So, wie ihr seht, ist der Stau jetzt vorbei. So, wie ihr seht, ist der Stau jetzt vorbei. So, wie ihr seht, ist der Stau jetzt vorbei. So, wir machen jetzt gerade Pause. Wir haben es 16.43 Uhr und sind bei Burger King. Ich habe eine Cola und ein Chicken. Und Pommes. Das Wetter ist immer noch schön. Naja, bis später. Und dann geht's. 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 Ich habe hier. Und dann geht's.